Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu Törchen Nummer 11 unseres HTS Adventskalenders. Gestern hatten wir ja den Tag der Leinenführigkeit, heute gehen wir einen Schritt weiter und machen den Tag der Freifolge. Für all die, die sagen, oh das traue ich mir noch nicht zu, wählt einfach einen ruhigen, ablenkungsfreien Ort und alle anderen bauen es einfach in ihren Spaziergang ein. Die Freifolge ist bei HTS einer der Schlüssel für einen späteren Freilauf, weil wenn der Hund in der Lage ist, ohne Leine Außenreize mit dir zu passieren, dann wird er auch später im Freilauf sich von dir ansprechen lassen und seine Aufmerksamkeit wird bei dir sein. Also, Freifolge ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Für uns ist wichtig, dass ihr die Freifolge aus der Leinenführigkeit, aus der Bewegung der Leinenführigkeit heraus aufbaut. Das bedeutet, dass ihr zum Ableinen nicht stehen bleibt und auch nicht Sitz sagt. Warum? Das ist für die meisten Hunde, also die Kunden, die nicht HTS-Kunden sind, die haben meistens eine Leinenführigkeit und dann direkt einen Freilauf und dazu bleiben sie stehen, leinen ab, sagen Lauf. Und in diesen Fehler wollen wir den Hund gar nicht reinlaufen lassen, deswegen leinen wir in der Bewegung ab. Wenn du einen sehr kleinen Hund hast, wirst du etwas langsamer werden, aber alle anderen greifen bitte von oben einfach in den Karabiner rein. Was wir dann machen, bevor wir den Hund in die Freifolge entlassen, ist der sogenannte Klick-Klack-Test. Sehr viele Hunde haben mit diesem Klacken des Karabiners verbunden Freilauf. Und deswegen testet das bitte erstmal, bevor ihr in die Freifolge geht. Ihr greift also runter und klackt nur so mit dem Karabiner. Und wenn ihr merkt, dass euer Hund Tendenzen hat, nach vorne zu laufen, weil er schon diese Verknüpfung hat, dann korrigiert dort direkt rein. Also es kommt direkt eine Laster-Korrektur, sobald der Hund denkt, Aha, Klick-Klack bedeutet Freilauf, wir müssen ihn erstmal wieder darauf einstellen, dass Klick-Klack nichts bedeutet, also auf jeden Fall nicht nach vorne weg zu laufen. Wenn der Klick-Klack-Test gut ist, das heißt du klackst und der Hund reagiert nicht darauf, läufst du und im Gehen leinst du ab. Dann nimmst du dir dann in der Leine und machst dir aus der Leine so ein kleines Knäuel. Dieses Knäuel ist nur ein Notfallknäuel, wird auch nur im Notfall benutzt, denn jetzt hat der Hund ja in der Freifolge die Möglichkeit, nach vorne wird immer noch korrigiert, aber nach hinten hat er die Möglichkeit, stehen zu bleiben, zu schnüffeln und so weiter. Und manche Hunde, wenn sie sich hinter euch lösen, kommen sie in einem sehr hohen Tempo von hinten an, sodass ihr die Korrektur nicht mehr machen könnt und dann nehmt die Leine und werft sie neben euch, einfach nur als Verstärkung. Wenn der Hund hinter dir zurückbleibt, was er ja eigentlich darf und du möchtest, dass er aufschließt, sprich ihn ganz normal an mit seinem Namen und einem Auf geht's. Wenn du das auch wiederholen musst, weil der Hund nicht reagiert, gehst du zum Hund zurück, umkreist ihn einmal und schubst ihn so ein bisschen von hinten an und sagst dazu immer wieder Auf geht's. Die meisten Hunde nach zwei, dreimal wissen dann schon, aha, ich höre das Wort Auf geht's und das heißt wieder aufschließen. Genau und so läufst du mit deinem Hund in Freifolge nach vorne, der Raum darf immer noch nicht betreten werden und du kannst dir heute selbst aussuchen, ob du das direkt schon mit Ablenkung oder erst mal ohne Ablenkung machen möchtest, denn die Freifolge, wie gesagt, ist die Voraussetzung für den späteren Freilauf. Ich wünsche euch viel Spaß.